Sehr mäßige Sicht heute über das steinende Meer zum Ingolstädter Haus. Könnte schlimmer sein, könnte regnen. Karstgelände, soweit das Auge reicht. Überall so eine Löscher im Karstgestellen, sogenannte Dulinien. Da sollte man tunlich nicht einfallen. Im Moment ein paar Zerstören, die Hälfte haben wir. Es hat zwar wieder angefangen zu regnen, aber inzwischen ist das Ingolstädter sehr nahe. Nichts zu sehen vom Hund tot. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020